Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Und einige werden das vielleicht schon mitbekommen haben, andere auch nicht. Mein Account ist wieder da! Und jetzt, bevor der endgültig weg ist, möchte ich natürlich endlich mal ein paar Generation 5 Pokédex-Einträge abstauben. Aber, ich habe ja ein Bild gepostet, da wollen wir mal kurz nachgucken, ob sich da was getan hat. Da muss ich mal schauen, das hätte ich eigentlich schon vorbereiten können, so schlau war ich nicht. Das ist mir jetzt eben erst eingefallen. Da habe ich nämlich diese Medaille gepostet, was das bloß bedeutet. Und mal gucken, wer was dazu gesagt hat, ob die Leute draufgekommen sind. Drückt hier auf die Kommentare. Und was steht dabei? Oh, dieses Dreckige. Na, endlich hast du deinen Hauptaccount wieder. Ich war da schon mal, 2004, sogar auf dem Bogen ganz oben. Kein Plan, Christian Böck. Da bekommst du Shiny Teddy Ursa aus der Spezialfeldforschung und außerdem noch 200 Superbälle. Nice, alter Account. Tja, das Problem ist, die Safari-Zone ist natürlich schon vorbei. Also, die wurde ja verschoben und ihr hättet dann zu Hause spielen können und hättet überall diese Eventspawns gehabt. Leider ist die Safari-Zone aber schon vorbei, die Eventspawns eben auch. Jetzt kommt nur irgendwann die Nachgeholte. Ich habe aber trotzdem rückwirkend die Medaille für die Safari-Zone St. Louis auf meinem Account bekommen. Einfach nur eine Medaille und sonst nichts. Aber sie wird ja wie gesagt nachgeholt. Und mal gucken, da lassen wir uns natürlich wieder was einfallen, wie wir das machen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Denn ich habe schon ewig drauf gewartet, hier die Generation 5 Pokédex-Einträge zu holen. Da habe ich mir hier ein paar Pokémon markiert. Die oberen, das sind alles Shinies. Die Shinies mit Punkten sind ja die, die ich im Prinzip abgeben kann, die ich doppelt habe. Ihr seht hier 258, also kann ich traden, habe ich doppelt. Hier sind aber auch noch andere Vögel dabei, sagen wir mal. Angefangen hier mit diesem Schallquapp. Da machen wir den Punkt jetzt weg und entwickeln das mal durch. Ein Schallquapp, wieder mal auf sehr gutem Level. 201 Bonbons. Bonbons, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie lange der Account jetzt da ist. Ob der jetzt bleibt, ob jetzt alles passt oder ob einer Jentik nochmal eine Sperre hinterher schmeißt. Dann kommt der Permabann. Ihr wisst Bescheid. Deswegen entwickeln wir jetzt schnell alles durch. Schallquapp zur Membrana. Das kenne ich auf jeden Fall schon. Das habe ich schon 100 Mal entwickelt. Aber es hat ja noch eine weitere Stufe für 100 Bonbons. Und die wollen wir uns jetzt holen. Membrana, was auf jeden Fall nicht schön aussieht, oder? Habt ihr Membrana entwickelt? Wie findet ihr das? Ihr habt sicherlich aber auch schon die letzte Stufe. Schallquapp saß ja eigentlich wirklich oft in der Gegend rum. Das ist also nicht so selten. Membrana war's. Deswegen hat es auch überall Feigwarzen, wie man sieht. Und einen richtig roten Blick. Ja. Jetzt hätte nur noch gefehlt, dass hinten die Pustel aufgehen. Und blääh. Prana war's am Start auf jeden Fall. Neuer Pokédex-Eintrag. Den nehmen wir mit. Dann haben wir als nächstes Lithomyth mit. Wie auch immer. Die Namen. Ist immer so eine Sache. Litho. Litho. Lithomyth. Kennt ihr? Braucht natürlich nur 50 Bonbons. Wird aber auch entwickelt. Das ist im Prinzip ja wie das Krabbi. Ne? Das Krabbi oder das Krebskorps könnte man sagen. Irgendwie recyceln die die alten Pokémon jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Jedes Mal wieder. Und die werden dann immer hässlicher, wie man hier seht. Kastelit. So wie Kastello. Kennt ihr nicht Kastello? Ist kein Pokémon gut. Hat nur eine Entwicklung. Kommt aber jetzt schon genauso hoch, wie das Branawatz davor. Also könnte für die 2500er Liga. Kann man mal mitnehmen. Oder auch nicht. Das hat auf jeden Fall eine schwere Last zu tragen. Katapult. Was macht man als nächstes? Wir nehmen als nächstes mal die Warze. Ach, die Warze. Die Wanse. Die Warze hat man ja schon. Braucht nämlich auch nur 50. Müssen wir aber wieder den Punkt wegmachen. So. What's up? Wer kennt das noch? Wen ich ja gerade nachgemacht habe. Wen er wenig in jedem Video. Die Frage des Tages natürlich. Ich mache so oft BisaFanTV nach. Und ich rede so oft von BisaFanTV. Aber es geht nicht um BisaFanTV. Voltula! Auch auf jeden Fall am Start. Das habe ich sogar auf dem Ramses Kitchen Account schon längst entwickelt gehabt. Aber auf dem großen eben noch nicht. Weil den hatte ich ja nicht zur Verfügung. Voltula also auch entwickelt. Finde ich übrigens sehr cool. Dieses Gelbe sieht einfach richtig mächtig aus. Auch die Form davon. Das ist eines der cooleren Insekten-Pokémon, würde ich mal sagen. Hier haben wir noch ein ganz unspektakuläres Unratütox. Das entwickeln wir auch mal durch. Das Handy hängt nur ewig. So. Unratütox auch mit 50 Bonbons weiterentwickelt. Da müssen wir wieder warten. Das dürfte auch jetzt nicht so selten gewesen sein. Ich denke mal bei WhatsApp haben die Leute auch mehr Probleme gehabt. Da. Das habe ich wild jetzt ein, ein, zwei Mal gesehen. Keine Ahnung. Während WhatsApp aus Eiern. Gibt natürlich ordentlich Bonbons. Aber das Unratütox, was zu Deponitox wird. Das habt ihr natürlich wild mitgenommen. Das saß ja auch an jeder Ecke. Sieht eigentlich aus wie ein süßer kleiner Teddybär. Nur in hässlich. Und vor allem der komische Mund dazu. Dann haben wir noch ein Flapterix. Das auch auf jeden Fall sehr cool. Könnt ihr jetzt auch aus 7 Kilometer Eiern bekommen. Flapterix. Auch für 50 Bonbons zum Weiterentwickeln. Hat letztens auch einer ein Hunderter gepostet, was er aus dem Budapester Ei gezogen hat. War das glaube ich? Weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nur ein 98er. Auf jeden Fall. Die Budapester Eier sind immer richtig genial. Geben immer richtig was ab. Jetzt habe ich den Namen verpasst. Aber es ist natürlich ein Aeropteryx. Und das klingt ja so Dinosaurier mäßig. Noch besser geht es gar nicht. Hat jetzt schon 2.900. Also der dürfte auf jeden Fall über 3.000 WP kommen. Nehme auch mit. Das Beste hebe ich mir natürlich zum Schluss auf. Das ist dieses Milza. Und hier haben wir noch ein Galapafloss. Galapafloss. Genau. Auch 50 Bonbons. Dann dürfte das auch schon am Ende sein. Hat ja glaube ich auch nur eine Entwicklung. Ich hoffe das passt. Sonst haut es mir den Bonbons nicht hin. Dann muss ich wieder Sonderbonbons reinstecken. Jetzt muss ich immer darauf achten, wie ich Bonbons ausspreche. Ein Galapafloss zu Karipas. Klingt wie Karidas. Da finde ich aber dieses Feigwarzen-Türtel-Monster am Anfang irgendwie cooler. Ich weiß nicht. Das sieht so traurig aus. So böse. So im Stich gelassen. Kann man mal entwickeln. Aber ansonsten Wasser und Gestein ist vielleicht eine interessante Kombination. Finde ich aber vom Design her eher ein bisschen deprimierend. Jetzt aber doch eins. Und zwar in Milza. Das ist natürlich getauscht bei einem Lucky Trade. Bei einem Garantierten. Und das hat glaube ich auch 96%. Wenn ihr hier guckt. 15 Angriff. 15 Verteidigung. KP. 13. Das wollen wir jetzt entwickeln. Ihr seht, da unten ist noch ein Schatten. Ich habe die zweite Entwicklung noch nicht. Ich habe die dritte Entwicklung noch nicht. Ich habe noch gar nichts. Trotzdem nehmen wir das mal mit. Machen Milza zu. Keine Ahnung wie es heißt. Sehen wir jetzt. Wie gesagt. Ich habe. Es ist alles so lange her. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich habe auf dem Ramses Kitchen auch noch nichts entwickelt. Was jetzt diese krassen bösen Pokémon betrifft. Außer Kaumalad und so weiter. Das habe ich durchentwickelt. Scharfax. Für mich also auch komplett neu. Und natürlich auch gleich der Lucky Eintrag. So kann ich mir das wenigstens sparen. Sonst früher musste ich ja immer eins komplett durchentwickeln. Dann musste ich noch gucken, dass ich das Geschlechtsgegenstück entwickle. Wenn ich ein weibliches hatte, dass ich ein männliches mache. Dann musste ich irgendwann noch ein Shiny durchentwickeln. Dann musste ich irgendwann noch ein Lucky durchentwickeln. Jetzt wenn wir hier ein weibliches Lucky haben, müssen wir nur ein männliches Shiny entwickeln. Komplett durch. Dann haben wir alle vier Passagen abgeschlossen. Das Scharfax alleine sieht zwar schon gut aus. Wir wollen aber ein Maxax, oder wie das Ding heißt, haben. Und ihr seht, eben war es noch so klein. Und der Hintergrund hat einfach komplett alles überblendet. Jetzt Scharfax wird natürlich noch mal größer. Noch mal monströser. Es verdeckt diesen blöden Lucky Hintergrund einfach noch ein ganzes Stück mehr. Und dadurch wirkt der Lucky Hintergrund auch gar nicht mehr so aufdringlich. Aber gerade bei kleinen Pokémon, wenn die shiny sind, finde ich den übelst störend. Hier. Gut, sieht auch behindert aus, weil das so gelblich ist. Aber egal. Maxax als Glücks-Pokémon 2758. Das könnte man theoretisch noch mal pushen. Aber ich glaube, wir bleiben jetzt beim Entwickeln. Wir suchen uns mal ein paar Pokémon raus. Ich muss so viel nachholen mit dem Account auch. Ich will eh noch ein paar Sachen pushen. Ich wollte mein Bestes Rigi Gigas auch mal maxen. Weil das ja eben nicht mehr in den X-Rates ist. Momentan gibt es ja gar keine X-Rates. Aber wenn es wieder welche gibt, ist sicherlich kein Rigi Gigas mehr drin. Da ist nämlich dann hier das, was es jetzt hier gab. Das Genesect. Genau. Habe ich ja nicht hier auf dem anderen. Da tut es mir natürlich leid, dass ich die Medaille nicht bekommen habe. Die hätte ich mir gerne geholt im Profil. Wir haben jetzt hier ein Maxax. Also noch mal zum Abschluss. Wie findet ihr Maxax? Habt ihr auch Maxax? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das war es eigentlich schon wieder von meiner Seite aus. Eine kleine Entwicklungs-Session. Einfach die vergangenen Generation 5 Pokédex-Einträge holen. Jetzt, wo der Account wieder da ist. Und es wird auch immer so gefragt, wann verlose ich denn endlich den anderen. Aber ich bin natürlich kurz vor den ganzen Aufstiegen mit den Hyperfreunden. Ich werde da glaube ich am Montag noch mal direkt ein Video dazu machen. Ein Infovideo. Was man nun machen muss, wir werden dann abends auch im Stream noch mal drüber reden, sodass dieses Infovideo jeden erreicht. Und wahrscheinlich dann eine Woche später im Stream die Auslosung machen. Bis dahin werden wir noch mal alles reinstecken in den Account, in den Ramses Kitchen Account, in den Community Account. Denn ich habe gesagt, wenn ich meinen wieder habe, verlose ich den Community Account. Ihr habt 30 Tage den begleitet. Ich habe euch begleitet. Ihr habt mir geholfen. Ich habe euch geholfen. Gegenseitig hin und her. Dank an denjenigen, der da mitgemacht hat. Und der geht natürlich auch raus an euch. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Das pushen wir irgendwann noch mal in einem richtigen Push-Video mit ein paar anderen Sachen dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.